Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du Microsoft Excel kostenlos auf deinem Computer nutzen kannst. Neben Excel kannst du natürlich auch Word, PowerPoint, OneNote usw. nutzen. Das ist natürlich alles in einem Office Paket dabei. Heute werde ich dir zeigen, wie du nicht nur die Web-Version, sondern auch die Desktop-Version kostenlos nutzen kannst. Falls das gut klingt, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren und bleib jetzt dran. Den ersten Schritt, den du machen musst, ist natürlich auf www.office.com gehen. Hier kannst du dich einmal kostenlos registrieren. Das heißt, entweder hast du bereits einen Office Account oder du kannst dich hier unten kostenlos registrieren. Bei registrieren sie sich jetzt kostenlos. Wenn du zum Beispiel eine Xbox hast oder schon einmal einen alten Account hast, kannst du dich einfach hier anmelden. Bei Office erhalten wirst du einfach nur weitergeleitet auf eine Website, die dir Office verkaufen möchte. Dort wollen wir heute nicht hin. Das heißt, du registrierst dich hier und meldest dich dann einfach ganz normal an. Sobald du dich angemeldet hast, bist du hier in der Office Übersicht und das ist im Grunde dein Online Desktop für Office Produkte. Ich höre immer den Vergleich mit Google Sheets, dass sie lieber das benutzen, weil das ist ja kostenlos im Gegensatz zu Excel. Aber nein, ist es halt nicht. Im Sinne von, du hast bei Excel genau dieselben Möglichkeiten in der Online Version, wie du zum Beispiel bei der Google Suite hast. Das heißt, du bist hier angemeldet und siehst hier deine letzt verwendeten Dokumente. Das ist bei dir vielleicht leer oder du hast bereits was benutzt. Auf der linken Seite hast du alles von Word, Excel, PowerPoint. Wir möchten aber heute Excel benutzen. Das heißt, wir klicken hier auf Excel rein und das ist hier unsere Übersicht in Excel. Hier oben kannst du eine neue Arbeitsmappe erstellen oder du benutzt ein Template, eine Vorlage oder deine letzt verwendeten Dokumente. Wenn du ein Dokument zugesendet bekommen hast, das ein xlsx- oder xls-Datei ist, dann kannst du das Ganze hier hochladen und ganz normal mit Office öffnen. Falls du ein Dokument erstellt hast und das gespeichert hast, kannst du das ebenfalls als xlsx-Dokument runterladen. Das heißt, ich klicke jetzt zum Beispiel einfach mal auf neue leere Arbeitsmappe. Wir sind hier in der Online Version drinnen und du kannst im Grunde hier alles machen, was du in einem echten Excel-Dokument machen könntest. Das heißt, hier oben kannst du durchklicken und du hast dir wirklich, ich sag mal 80 bis 85 Prozent aller Funktionen, die ich täglich benutze, kannst du in dieser Version ebenfalls benutzen. Natürlich sind ein paar Einschränkungen dabei, weil es ist noch immer die kostenlose Version. Das heißt, du kannst das Ganze hier oben, ist es automatisch in der OneDrive gespeichert, du kannst es aber ganz normal überspeichern unter, auf deinem Computer speichern und dann zum Beispiel mit E-Mail weiter versenden oder einfach nur am Computer ablegen. Es ist natürlich absolut verständlich, dass im Browser zu arbeiten nicht immer wirklich von Vorteil ist. Aus diesem Grund wollen wir jetzt die Web-Version direkt auf den Computer bringen und das ist ganz einfach, wenn du Windows selbst benutzt. Das heißt, du gehst einfach in Start, schreibst dort Store rein und öffnest im Grunde einfach nur den Windows Store. Dort suchst du oben einfach nach Office, lässt es laden, klickst auf Apps, weil es ein Programm ist. Hier musst du aufpassen, das sind alles unter Anführungszeichen Fake-Programme. Wir suchen das Office hier unten, nämlich Office Apps Produktivität. In meinem Fall gerade 42 Bewertungen mit drei Sternen. Keine Angst, es ist kein schlechtes Programm. Die schlechten Bewertungen stammen daraus, dass sich die Leute eben aufregen, dass entweder nicht alle Funktionen freigeschalten sind oder dass sie eben versuchen, die kostenpflichtige Version anzuwenden. Aber das ist natürlich irgendwo klar, weil Office natürlich ein bezahltes Programm ist. Aber wenn du das weißt, dann kannst du ja quasi mit dem Mindset reingehen, dass du eben die kostenlose Version nutzen möchtest und nicht dafür bezahlen möchtest. Wenn du das jetzt haben möchtest, dann klickst du einfach hier auf herunterladen und es wird auf deinem Computer installiert und dann hast du einfach das Office Programm, das ist quasi einfach dasselbe, wie das hier ist, auf deinem Computer. Ich werde das jetzt nicht installieren, weil ich ja das normale Office installiert habe. Ich öffne kurz den Screenshot und so wird das Ganze dann aussehen. Das heißt, wenn wir das vergleichen, das ist die Online Version und so sieht es dann auf deinem Computer aus. Das heißt, im Grunde ist es einfach dasselbe, funktioniert natürlich aber nur schneller und besser, weil es direkt ein Programm auf deinem PC ist. Das heißt, du öffnest es, kannst in dem Fall einfach ein Excel-Dokument öffnen oder ein neues PowerPoint-Dokument und es sieht dann im Grunde genauso aus wie ein normales Excel-Dokument, also wie das hier. Wenn du ganz normal die kostenlose Version von Microsoft Office installieren möchtest, dann eben über dieses Office App. Jetzt möchte ich darauf eingehen, wie du nicht die kostenlose Web-Version, sondern die kostenpflichtige Version kostenlos bekommen kannst. Also das Ganze natürlich nur auf legale Weise. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die du anwenden kannst. Zuerst kannst du nach Office Education googlen. Einfach bei Google Office Education reingeben. Ich werde dir den Link unten in der Videobeschreibung angeben. Dann kannst du auf den ersten Link klicken und hier hast du Office 350 Education, also die Bildungsversion. Hier auf der linken Seite kannst du prüfen, ob deine E-Mail-Adresse an eine Bildungseinrichtung zugewiesen werden kann. Das heißt, ob du ein Lehrer oder ein Schüler dieser Bildungseinrichtung bist. Wenn ich zum Beispiel auf die Uni Wien gehe, würde ich hier reinschreiben Jakob.Neubauer.WU und dann klicke ich hier auf jetzt starten. Dann komme ich auf die nächste Seite. Dort muss ich mich quasi registrieren und beweisen, dass das meine E-Mail-Adresse ist und dann bekomme ich den Download für meine kostenlose Office Version zugesandt. Und die zweite Variante, von der kann ich dir leider nur erzählen, aus folgendem Grund. Und zwar kannst du Google Microsoft Rewards und dann klickst du wieder den ersten Link an. Ich werde ihn dir wieder in die Beschreibung unten kopieren. Und was Microsoft Rewards ist, das kannst du dir circa so vorstellen wie ein Bonusprogramm von Microsoft. Das heißt, für gewisse Tätigkeiten kannst du ein Guthaben erwirtschaften. Und zwar siehst du hier oben, du kannst als Guthaben zum Beispiel Microsoft Guthaben machen oder du kannst dir auch einen Ikea Gutschein ausstellen lassen oder zum Beispiel für TK Max oder Xbox. Das kannst du folgendermaßen machen, indem du zum Beispiel statt Google Bing benutzt. Für jede Bing-Suche bekommst du dann Punkte zugewiesen. Du kannst an einem Tag eine gewisse Anzahl von Punkten erreichen und dann kannst du eben über eine gewisse Zeit Punkte anhäufen. Ebenfalls kannst du Punkte anhäufen, indem du den Edge Browser benutzt, also den Microsoft Browser. Meiner Meinung nach in gewissen Situationen sogar besser als der Crow Browser oder der Firefox Browser. Dazu habe ich dir ebenfalls einen Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, das ist vielleicht sogar ein Vorteil. Wenn du eine Xbox hast, dann bekommst du ebenfalls Punkte. Wenn du regelmäßig an Umfragen oder Quizzes teilnimmst, bekommst du Punkte und ebenfalls bekommst du Punkte, wenn du beim kostenlosen Newsletter dabei bist. Das große Problem hier ist folgendes. Ich bin hier momentan nicht angemeldet, aber wenn ich bei meiner angemeldeten Version reingehe und hier bin ich jetzt auf derselben Seite, wie ich vorhin war und zum Beispiel auf Anmelden klicke, dann bekomme ich folgende Seite. Und zwar Microsoft Word ist in ihrem Land nicht verfügbar. Das heißt, ich kann dir leider jetzt nicht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du aus Deutschland kommst, also du siehst hier, wer teilnehmen darf, die USA, Großbritannien, aber eben Deutschland. Von meinen Viewern weiß ich, die meisten sind in Deutschland, Italien und den Niederlanden. Das heißt, hier funktioniert das. Wir Österreicher und Schweizer haben leider Pech gehabt. Wir können das nicht nutzen. Aber wenn du Deutscher bist und auf diese Website gehst, siehst du hier oben eine Übersicht über deine aktuellen Punkte, wie viele Punkte du noch erreichen kannst und wie viele Punkte du noch benötigst, um den nächsten Schritt zu machen. Du kannst im Monat ca. 15 Euro an Punkten sammeln, wenn du regelmäßig Bing oder den Edge Browser benutzt. Und damit hast du eigentlich immer die 365er Version als Euros oder Punkte drinnen. Und selbst wenn du Office bereits hast und das trotzdem regelmäßig benutzt, kannst du damit leicht ein paar Euros nebenbei herverdienen. Das sind im Grunde alle Varianten, die ich dir zeigen wollte, wie du Microsoft Excel oder Office generell kostenlos auf deinem Computer oder im Browser verwenden kannst. Falls ich dir in diesem Video was gezeigt habe, was du noch nicht wusstest, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich über einen Sub freuen. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Falls du wissen möchtest, welche Vorteile die Online-Office Version gegenüber der installierten hat, dann schau dir das Video als nächstes an. Dort zeige ich dir eine Funktion, die es momentan nur in der Web-Version von Office gibt, die du in der installierten Version noch gar nicht nutzen kannst. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!